Heute gibt es eine fette Portion Lernmotivation fürs Mathe-Abitur. Willkommen zurück Abitur-Athleten, mein Name ist Leo Ekl und wir sorgen gemeinsam dafür, dass du durch Top-Abitur-Prüfungen zu deinem Traummodus-Schnitt kommst. Heute, heute, heute geht es einfach mal um Motivation. Wir sind in den letzten Tagen bis zum Mathe-Abitur und da will ich wirklich, dass ihr die letzten Tage nochmal volle Kanne nutzt und da weiß ich, wie wichtig Motivation ist. Und die möchte ich euch heute mit auf den Weg geben. Es gibt einen ganz entscheidenden Mindshift, den ihr machen müsst, den Abitur-Athleten einfach von normalen Schülern unterscheiden. Weil normale Schüler haben bei Mathe immer dieses, es ist so schwer und es ist so kompliziert und ich verstehe das nicht und haben immer diesen negativen Ansatz dazu, immer diese negative Einstellung, weil ja alles so kompliziert und schwierig ist und sie es ja sowieso nicht schaffen. Das erfordert natürlich so viel mehr Aufwand, weil du dich immer wieder zu was überwinden musst, was in deinem Kopf als Scheiße abgespeichert ist. Und dann ist es natürlich so, dass du nie Bock hast zu lernen. Und wenn du nie Bock hast zu lernen, musst du immer deine ganze Willenskraft aufnehmen, um dich überhaupt mal an den Schreibtisch zu setzen und da auch konzentriert zu arbeiten, was natürlich dich killen wird. Es wird dich killen, du hältst es so nicht durch. Was Abiturathleten machen, was der entscheidende Mindshift ist, den ihr übrigens machen müsst, ist dieses, ich hab Bock zu performen. Ich hab Bock Gas zu geben, ich hab Bock Leistung zu bringen, ich hab Bock, mich durch diese Aufgaben durchzuarbeiten, die geil zu lösen, die Punkte dafür zu bekommen und weil ich dann Punkte bekommen habe, hab ich noch mehr Bock, noch mehr Aufgaben zu machen. Das ist das Mindset, was ihr braucht. So war es bei mir auch. Ich hab zwar gar nicht mal so früh mit der Mathe-Abitur-Vorbereitung angefangen, aber als ich angefangen hab, hatte ich einfach dieses Ziel von 15 Punkten und ich hab einfach Gas gegeben. Ich hab mir einfach die Einzelthemen angeschaut. Ich hab dann irgendwann nur noch Abiturprüfungen gemacht. Und auch die Abiturprüfungen, die alten, als ich die durchgegangen bin, war es für mich nie so, dass ich mir irgendwie dachte, oh, das ist so schwierig oder das muss ich noch machen, das ist ja Abitur und ich verstehe das nicht. Sondern ich dachte mir einfach nur so, ja man, ich mach das, bam, 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 bam. Und da hab ich mir mal ausgerechnet, wie viel Prozent hab ich. Und da hatte ich irgendwie so 84 Prozent, hab ich mir durchgekalkuliert. Ich glaub, das sind ja irgendwie 11 Punkte. Dann dachte ich mir so, nee man, ich will mehr. Da hab ich die nächste Prüfung gemacht, wieder durchgegangen, wieder zack, 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 mit Timer auf meinem Handy. Richtig die Prüfung simuliert. Dann irgendwie 87 Prozent. Ich hab so einen Fortschritt gemacht, ich hab mehr gemacht. Vor allem hatte ich 93 Prozent. Ich dachte immer, ja man, da hab ich mehr gemacht, mehr gemacht, mehr gemacht, mehr gemacht. Und immer wieder diese Abiturprüfungen. Und da hat sich so ein Spiel draus gemacht. Sprich, es ging nicht mehr darum, oh verdammt, vielleicht verkacke ich mein Mathe-Abitur. Sondern, nein Mann, ich will die 15 Punkte. Ich will das Maximum rausholen. Deswegen will ich jetzt maximal Gas geben. Und dann hab ich gemacht, 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 gemacht. Und dann schlussendlich, übrigens Ende der Story, ich hab in einem Punkt die 15 Punkte nicht geschafft. Ich hab 14 Punkte Mathe-Abi gehabt. Ja, ich weiß. Ich schäm mich bis heute dafür. Nein, aber wie gesagt, ich hab halt wirklich Gas gegeben. Und dann, wenn du in diesem Fokus hast und in diesem Tunnel im Prinzip, ich will, ich will, ich will, ich will. Gehst du damit dann auch in die Prüfung rein, weil du einfach sagst, ich hab die ganze Zeit so krass viel gelernt. Ich hatte richtig gute Punktzahl, richtig gute Prozentzahl. Dann gehst du in die Prüfung mit der gleichen Erwartungshaltung, ballerst die durch. Ich brauch, keine Ahnung, ich saß da drin, alle, ich bin so aufregend. Und ich einfach nur in meinem Tunnel so, gib mir endlich die Prüfung. Gib mir endlich dieses Blatt Papier. Und dann bäm, 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 bäm. Und so hat es sich so angefühlt. Und dann hat ohne Spaß die Mathe-Abi-Prüfung richtig, richtig Spaß gemacht. Und deswegen, wenn du sagst, ja man, ich will eine geile Note, nimm es dir als Ziel, gib Gas, merk, wie du dich selber verbesserst, zieh daraus die Motivation, geh dann mit vollem Fokus in die Prüfung selber rein, zerstöre die Prüfung komplett und kriege am Ende deine 13, 14, 15 Punkte. Und ich sag's euch, das wird hinhauen. Das wird hinhauen. Und ich hab's bei mir selber gemerkt, ich glaub an euch. Glaubt an euch. Das ist ohne Schatz, ich sag's so oft, das ist das Aller, Allerwichtigste. Habt einfach diesen Fokus, dass ihr Bock habt, Gas zu geben und dann wird das mega gut. Ich wünsch euch die 15 Punkte von ganzem Herzen. Wir bei dir sehen uns im nächsten Video. Euer Leo.